so herzlich willkommen zu einem neuen video das heutige video ist mal so komplett anders und zwar gibt es eigentlich kein video sondern ihr schreibt ja so oft dass ihr gerne mehr von zeitraffer hätte wo man einfach mal sieht wie die leute so arbeiten das ist natürlich immer schwierig in einem video unterzubringen weil es einfach extrem viel material und extrem lang ist und deswegen kriegt ihr heute einfach mal ein bisschen ich nenne es mal bonus material und zwar geht es bei dem t1 bus ein bisschen weiter der steht immer noch in der lackierkabine wie der andere der lackierer damals schon gesagt hat ist das wirklich eine wochenlange arbeit genau das werdet ihr auch im zeitraffer sehen weil es ist wirklich viel zu spachteln viel zu schleifen und wieder spachteln und wieder schleifen und spritspachtel und wieder schleifen und so geht das im 1 durch weil so ein bus einfach viel fläche hat aber ich denke mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen wir gucken uns einfach mal an wie ihr so ein zeitraffer als bonus material feiert wenn ihr es cool findet ist überhaupt kein problem dann werden wir das auf jeden fall öfter bringen und ja ich würde sagen film ab bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018